Ah, ist das gut? Das ist so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist einfach das beste Video, das ich je gesehen habe. Oh mein Gott. Ich bin... Ich bin so... Ich bin... Ich bin impressed. Geil. Alter... Uuuuh. Bist du der, der die Videos hier macht? Ja, voll der bin ich. Ist das so eine scheiss Bibel? Ja, ich weiss ich. Du aber auch. Das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Hast du das Video geliked? Wieso sollte ich das liken? Du das Video liken? Nein. Du tust jetzt das scheiss Video liken. Nein. Du das Video liken. Nein. Like das Scheiss. Nein. Nein. Like das Video liken. Nein, nein. Was hast du da? Was hast du jetzt vor? Was das ist? Das... Wirst du jetzt erfahren? Bitte hör auf. Ja, genau. Bitte hör auf. Bitte hör auf. Bitte hör auf. Ah, ich soll aufhören. Ja. Ist mir egal. Bitte. Okay, ich like es. Ich like es doch. Du willst es nicht liken? Du willst das Video immer noch nicht liken nach dieser Abhacken, he? Habe ich richtig im Stall? Ich habe gesagt, ich like... Ich habe es ja auch geliked. Oh. Oh. Oh, du hast geliked. Äh... Dann tut es mir... Liking. Fucking Arschloch. Was hast du gerade gesagt? Was? Ich habe nichts... Das ist wohl zu heiss. Ich finde es schön angenommen. Aha. Indonesische Gel. Äh... Ich habe mir einen big pain. Das ist so heiss. Ich schwitze an Stille, weil ich gar nicht gewusst habe, dass ich dort Stille hatte. Das war einfach von... Vor zwei Wochen noch so... 10 Jahre alt gewesen. Und jetzt plötzlich so... 2, 30 Jahre alt. I'm home. Äh... Wir haben ein bisschen alles bei IT gemacht. Ich nehme das... Mal raus. Also sehr nice ein Zeug hier. Äh... Wir haben hier einmal einen sogenannten Bilderrahmen. Äh... Da... Dann sehen wir später im Video, was wir mit uns machen. Oder irgendeinen Plan. Dann habe ich... Dann habe ich hier... Äh... Neue Eddings für mein... Neues Memo Board. Und... Dann noch etwas auch sehr geiles. Äh... Ehm... Digitext studieren. Und... Äh... Ich tue den jetzt eigentlich mal dran. Das ist vor allem sehr leicht. Das ist geil. Und das ist... Äh... Auch für unter Wasser. Und wir gehen dann noch zum... Zum Dömmeln. Und der hat einen Pool. Oh mein Gott. Das ist sehr geil. Da muss ich nur darauf schauen, dass mir die Finger in die Linsen kommen. Oh, das wird dann geil fürs Wasser. Das ist sehr geil. Natürlich hat der GoPro Preise halt einfach viel zu teuer. Aber... Fuck it all. Hallo. Disa ist wieder da. Hallo. Oh... 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 Wir füllen jetzt den... Äh... Rahmen. Rahmen auf. Da... Und ich sehe... Oh Gott. Was da drin ist. Jog. Wir haben... Den Rahmen aufgefüllt. Äh... Und zwar ist da... Das alte Parisienne grüne Päckli. Dinnen. Die haben nämlich das neues Design bekommen. Und das neue Design ist... Fucking ugly, Alter. Ja, der Schriftzug der neuen Parisienne Päckli ist so... Fucked up. Alter, schau dir das hässliche Päckli an, Mann. Wirklich. Also das Päckli an für sich ist nice. Ja, dass es hier das Grüne ist. Aber... Aber... Der Schriftzug ist gruselig. Der Schriftzug und dann hier das alte. Oh... Wir machen eine Art... Äh... So eine Art halt Challenge. Wer schneller die Zigarette rauchen kann und fertig ist. Und damit es natürlich nicht langweilig wird. Geht es um 10 Euro. Es ist vollbracht. Häääääah. Yeaaah. Yeaaaaaah. Yaaaaaah. Eso, was würdest du... Äh... Du noch sagen? Ich habe absolut Bock auf die Obersicht. Nice. Ja. 안뇫! Hey, da kommen so Leute vom Zerzene. Was? Ein Bild? Die werden dann schon noch grömmen. Ich nehme ein Träger, siehst du das? Ja. Oh, nice! Schau, ich habe es aus dem Kopf. Hey, du schiesst es einfach am Boden. Hey! Hey! Klopf, 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 wer ist da? J.J. on, Bob on, Magister. Timmy T, G3, wir regeln das. Komm mit uns, come on, ja, wir hegen Glas. J.J. 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 J.J.